Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie kann man beim Chromebook das Add-Zeichen machen? Zum Beispiel, wenn man eine E-Mail schreiben will oder halt einfach jetzt hier in so einem Dokument, wie ich es mache. Ja, ihr kennt es alle vom Windows-PC vielleicht aus oder halt auch beim Smartphone. Beim Windows-PC drückt man immer die Steuerung, Alt-Taste und Q. Da ist ja auch das Add-Zeichen abgebildet, aber es funktioniert nicht. Anders als beim Windows-PC geht es hier beim Chromebook ganz leicht anders. Und zwar müsst ihr nochmal rechts von der Space-Taste gucken. Da habt ihr die Alt-G-R-Taste und wenn ihr diese drückt und Q drückt, dann könnt ihr das Add-Zeichen machen. Mit Steuerung und Alt geht es nicht. Da müsst ihr darauf achten, hier ist ein kleiner Unterschied im Gegensatz zu einem Windows-PC. Aber so funktioniert es mit dem Add-Zeichen, nicht nur hier in dem Dokument, sondern auch beim E-Mail schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.